Hallo. Hallo Sie. Wollen Sie ein Chaos hier gewinnen? Einen Häferschund? Oder vier Zische? Vielleicht sogar eine Kuse-Schmatze? Aktionswochen bei Kentucky Schreit Ficken. Hallo und herzlich willkommen bei Kentucky Schreit Ficken, dem Restaurant, in dem man gerne malt. Sag mal, was machst du denn da? Na, ich sollte doch die Wuppe sürzen. Wuppe sürzen ist ja richtig, aber doch nicht mit Kusnatnuss. Ich hab doch extra gesagt mit Wäffer pürzen. Jetzt aber ab in die Küche, sonst werde ich Bechtigmöse, aber Bechtigmöse. Und sein Penis ist die Wobbes. So, jetzt aber zu unserer Frupa-Sage. Sie können ein Taus hier gewinnen, ein Schwermäinchen oder ein Hosschund mit Lundeheine. Ja, Sie oder Sie oder vielleicht sogar Sie. Na, dürfte ich Sie mal hier an die Beke titeln? Aber gern. Sind Sie Liertiebhaber? Natürlich. Ich tremse auch für Biere. Aha. Dann beantworten Sie folgende quöne Schützfrage. Wie heißt der Fluge Kernseedelfin? Der Fluge Kernseedelfin? Der Fluge Kernseedelfin? Der Fleue Tripper? Der Fleue Tripper ist richtig. Aber wo wohnt er? Das Nildgicht. Nur eine Frage. Ich werde dieses Vorgehen von der Stolizei poppen lassen. Macht doch, macht doch, macht doch. Macht, Weister. Mein Name ist Dach. Birk Dach. Kommunal-Kribbisar. Blähnsteifen, Hundeher und seiner verlässt den Kral. Okay. Scher ist Wult und so sind die Beugen. Ich wollte doch bloß wissen, wo der Fleue Tripper wohnt. Ist doch Linda Keicht. Er wohnt in einer Beichtensucht. Beichtensucht ist richtig. Sie haben gewonnen. Moment, ich Kinderbandidat. Nix da. Sonst leg ich Sie in Chantellen und Sie kommen ins Huchtshaus. Bekomme ich dann wenigstens Schaftverhohnung? Na gut. In Rubio Prodeo. Schaftverhohnung, Schaftverhohnung. Ja, das hat er ja gefickt eingeschädelt. Aktionswochen bei Kentucky Schreibpicken.